Oje, ein Deutscher aus Niedersachsen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich wollte ja unbedingt meinen Doppelkampf haben. Ich hab ihn. So. Jetzt war eröffnet. Poygon, ich brauch dich. Metacross, bitte du auch. Und go. Ich wollte ja unbedingt den Doppelkampf. Nach dem Doppelkampf können wir gerne loslegen. Entweder werde ich jetzt komplett abserviert oder ich schaffe es ihn irgendwie rauszunehmen. Aber ich glaube eher nicht. Serapendra und Quajutsu ist die Eröffnung. Von mir Heatran und Demeteros. Also wenn der Stafette versucht, muss er sich erstmal boosten, bevor es überhaupt hier sinnvoll ist. So. Ich würde sagen, du machst Feuersturm auf Xerapendra. Und du kannst einfach mal ein Erdbeben in die Runde hauen. Xerapendra macht Schutschel, das war zu erwarten. Wir müssen jedenfalls strike haben. Heatran hat den Ballon. Dadurch schweben wir einfach damit das Erdbeben drüber. Und Quajutsu ist fast down. Behandlungskunst. Ich freue mich, dass es heute Featuren war. Jo. Macht er. Schade. Tempo schub. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde einfach down gehen. Ich kann nämlich auf diesen schönen, starken Erdbeben jetzt gerade nicht verzichten. Und dass ihr nämlich anders abkriegt, ist auch nicht gerade mein Ding. Ich hätte doch auf Quajutsu feuern sollen. Naja, egal. Wir feuern damit auf Quajutsu und du machst einfach Erdbeben in die Menge. So. Jo. Die Atacke hat jetzt so viel Schaden gemacht. Klar kein. Kann das Schuss hier, weil das gerade zu weit tun? Oh Gott. Quajutsu ist besiegt. Da kommt ein weiterer Tempo schub. Also Xerapentra ist jetzt nicht unbedingt hier die Welt. Übernehme mit Porygon 2. Weißt du was? Ich bleib bei meiner Erdbeben-Offensive. Die bietet sich hier einfach nur an. So, Porygon. Du machst einfach Genesung. Sonst nix. Wenn du Glück hast, überlebst du es. Wenn nicht, dann hau dich eben Demeteros um. Oh, das macht schon wieder Schuttschild. Okay. Ich gehe weiter für Erdbeben. Na komm, hau Rishi Rambo um. Komm schon. Ah, fast. Kreuzflamme. Süß. Und. Einfach Genesung. Passt schon. Also ich frage mich, warum er jetzt nochmal auf Schuttschild gesetzt hat, weil. Mich interessiert das Pokémon nicht. Ich kann es da neben dran stehen lassen. Erdbeben macht es einfach mal so beiläufig kalt. Und Schaden machen kannst du jetzt auch nicht gerade wirklich. Es ist, er hat einen Angriffsdown, also erwarte ich da echt nicht viel, was da kommen kann. So. Erdbebenmassaker des Todes. Game over. Porygon 2 denkt sich einfach, jojo, einfach mal heilen. Passt schon. Die anzieht. Ach, aber noch Shiny. Kriegt man das Shiny schon? Oder ist das irgendwie ein Event oder so? Das da kein Plan hat, habe ich auch schon gemerkt, aber ich wollte es nicht in die Welt tragen. Mega die anziehe. Jo. Okay. Das war fix. Eigentlich habe ich gedacht, der reißt mir jetzt komplett den Arsch auf. Aber irgendwie... Irgendwie tut der ja sonst nichts.